Da ist die Wohnung vom Kenny! Oh, das ist nicht für mich, das ist für die schönen Leute, die die Gästehausen in der drüben haben. Aha. Oh, schön hier. Sehr schön. Oh mein Gott. Hm, was machen wir denn? Was haben die denn? Boah. Hm, er ist jetzt angewidert. Scheiße, der lebt ja noch. Ah, du Penner. Boah, wie die abgeht. So, okay. Jetzt würde ich sagen, Butters, heil dich erstmal. Oh. Wirklich viel hat das jetzt aber nicht gebracht, ne? Okay. Oh, wir müssen... Wir müssen Butters erstmal wieder heilen. Das bringt aber gar nichts, sehe ich gerade. Scheiße. Hey, hat die noch sechs Punkte? Hm, 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 hm. Are you gonna arrest me or what? Okay. Erstmal was futtern. Jawohl. Jawohl. Dann würde ich sagen... Machen wir den da weg. So, jetzt greifen die an. Oh, 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 oh. Okay. Sie ist weg. Heiltrank. Ach, das... Okay, der Heiltrank, der bringt so gar nichts. Ich sehe es gerade selbst. Scheiße. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Wir brauchen, wir brauchen. Gucken, ob das was bringt. Super. Es war unnötig. Aber okay. Ah, shit. Eine benutzte Spritze. Schön. Was haben wir denn hier alles? Drecksäcke, ey. So. Ich schneide mal... Jetzt erstmal da hoch. Können wir das dann nämlich erstmal aktivieren. Jawohl. Muss nie... Dann gehen wir mal hier runter. Drehen das jetzt hier ab. Genau. Und nehmen das... Ah, drei Geheim. Ich würde sagen, wir gucken uns das jetzt erstmal an, damit wir hier irgendwas machen können. Stimmt, können wir ja auch schon nehmen. Aber, wiederum, ist der Zauberstab, der ist besser. Wie ist das denn, wenn ich den ablege? Ah, komm. Wir bleiben... Wir bleiben erstmal dabei. Was haben wir denn hier sonst noch? Level 4. Aha, 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 aha. Nee, 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 nee. Ja, gut. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal hier raus. Ansonsten... Was haben wir denn hier? Äh, lösen, Twix, dampfende, Dilemma. Geh weg! Jetzt müsste das doch klappen, oder? Hallo! Was haben wir denn hier so? Heiltrank. Geld. Hm. Muss auf jeden Fall Gesundheitsdingen. Wir beklauen unseren Freund hier. Ja. Ja. Das machen wir kaputt. Oh. Wo ist der? Wo ist der Zwerg denn? Hallo. Ja. Ja. So. Da. Okay, was müssen wir denn... Aha. Müssen wir das jetzt wieder zurückbringen? Oder hab ich jetzt... Da war mir ja schon dran. Ansonsten hast du hier nichts mehr. Muss ich das Paket da mitnehmen? Ah. Perfekt. Jetzt haben wir das. Da sind noch die Ratten. So, den knarren wir jetzt mal schnell weg. Boah. Der macht uns platt. Der macht uns definitiv, macht der uns platt. Komm, wir versuchen das nochmal. Perfekt. Müssen wir uns gleich erstmal heilen. Aber erstmal knallst du den noch ein. So, was haben wir denn hier? Oh, sauber. Betäubt ist er. Ah, wir müssen auf jeden Fall anders. So kommen wir hier nicht voran. Wie war das? Wir haben doch hier einen Machttrank. Was nehmen wir dann für einen? Genau den. Und da haben wir ihn. Jawoll. Aber dann hätten wir uns einen schenken können, ne? Also eigentlich. Ja, das heißt, also wir gehen jetzt erstmal. Würde ich sagen, bringen wir mal den... den Kaffee weg. Da müssen wir den ganzen Weg nicht laufen, ne? Jetzt müssen wir rechts rum. Und da müssten wir da eigentlich schon hinkommen. Da müssten wir eigentlich schon da sein. Ja, da ist es doch. Perfekt. Aber wir können erst nochmal... Halt. Hm, nach oben. Wir können jetzt erst nochmal zu diesem Obdachlosen gehen. Weil ich habe keine Heiltränke mehr. Vielleicht hat er Heiltränke. Ähm, gut. Gesundheit. Jawoll. Nehmen wir natürlich... Nehmen wir natürlich mit. Machttrank. Joa. Perfekt. So. Jetzt sind wir ein bisschen gestärkt. Und jetzt gehen wir erstmal... das hier alles abgeben. Dann haben wir das nämlich hinter uns. Aber wir müssen mal aufsteigen. Wo ist heute die Erkrankung? Ja. Hm. Ja. Das ist gut. Okay, Tweak. Du kannst ein bisschen spielen. Aber geh nach Hause bevor es kalt ist. Oder du bist gebrochen. Gebrochen. Wie die frischen Gründe unserer allorganischen Tweakland. Mit Ingredienz von lokalen Tweakers. Danke, Kids. Ich muss gehen, und dann bin ich bei dir in der Kingdom. Und dann bin ich bei dir in der Kingdom. Jawoll. Jetzt kann man die Truhe hier hinten auch aufmachen. Ui. So, ich glaube, ich bin ein bisschen zu schnell. Würde ich sagen, machen wir das. Machen wir das noch mit der Post. Wo ist die Post? Da unten. Und dann haben wir das. Die Kids sind auch nicht mehr da. Geh nach Hause. So. Ich meine, wir können es mal versuchen. Aber wir werden es nicht schaffen. Jawoll. Hallo. Ey, bleib mal locker. Wir haben gar nichts getan. Wir wollen nur spielen. So. Ich muss zur Post. Die ist da unten. Ich will jetzt aber nicht den ganzen Weg da so laufen. Das heißt also, wir gehen jetzt erstmal schön zurück. Warte ab, Junge. Dich kriegen wir noch. Neue Nachricht von Cartman. So. Schnell, schnell, schnell. Lauf. Müssen wir einen kleinen Umweg laufen. Ja, was heißt Umweg? Ist ja noch nicht mal ein Umweg. Ne? Ehrlich? Was haben wir hier? Lauf uns zwischen uns, okay? Weil wir sind so gute Freunde. Aha. So. Da müsste da jetzt... Da ist die Bank. Bin ich hier richtig? Ja, immer weiter. Ach, wir brauchen einen Schlüssel. Entschuldigung. Wir machen alles hier kaputt. Alles. So, da unten gehen wir noch... Ach, hier ist das Post Office. Ja. Was haben wir? Ich weiß, dass du nicht Geld an die Panhandler geben sollst. Aber dieser Vise-Präsident hat mich gekostet. Und ich fühlte mich so schlecht für ihn. Geh auf dem Boden und schau dich, oder deine Brände sind auf dem fucking roll. Aber du bist auf dem Kopf. Wie geht's? Du bist nur den neuen Kind hierherum. Ja, ich bin schon auf dem Bink. Hey, Butters. Sweet Kind. Schade, dann brauchen wir einen Schlüssel. Aha. Chefkoch? Das nehmen wir einfach mit, ja? Super. Gefällt mir. Nachrichtenredaktion. Wo ist denn das? Was können wir denn damit machen? Hm. Ja, jetzt können wir dem das Paket erst noch zurückbringen. Nachrichtenredaktion. Ah, das werden wir auf jeden Fall noch finden. So ist es ja nicht. So. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erst mal gucken. Genau. Genau. Ob... Ob... Ob wir das schaffen? Ja, sollten wir hinkriegen. Angewidert. Ich mach das jetzt so. Genau. Ah, ich dachte jetzt... dass wir das anders machen können. Rüstung. Okay. Dann kriegst du sie jetzt. Angewidert. Super. Bam. In den Hintern. So muss das sein. Jetzt machen wir die erst mal weg, ne? Haben wir sie los. Und weg. Ich weiß nicht, dass er nichts löst, aber ich mag es. Du magst, die Mädchen aufzunehmen? Oh, ich hoffe, sie haben es nicht. Oh, pfuh. Er denkt, ich habe dir einen Kind. Es gibt ein paar Weirscher, die in der öffentlichen Begründung hängen. Ich gehe nicht zurück. Jawohl. Ah, da oben. Und einen Erfolg auch noch bekommen. Gucken wir mal, ob wir hier was finden. Oh. Wir beklauen sie. Das ist nicht schlimm. Da ist nichts. Okay. Hey, Kind. Vielleicht kannst du uns mit etwas helfen. All diese homeless Menschen in South Park machen uns wie eine kalt und heartlöse Stadt. Wenn du die Bumse und Vagranten gehst, dann werden sie die Stadt verlassen. Und es wird die Reputation der South Park wie eine kompassionale Gemeinschaft verhören. Du musst jeden jeden von diesen Basterden holen, okay? Chopp, chopp. Jawohl. Neue Aufgabe. Ist das dein Nose? Das war so unglaublich. Was du für mich hast, ich werde nicht vergessen. Ich weiß. Oh, wie schade Zeiten diese sind, wenn die Nationen der Jugend in Dungeon-Klauen spielen sie in den Spielen von Satan. Young man, wenn du wirklich Kraft hast, ist es nur eine Sache, die du tun musst. Find Jesus. Find ihn. Und wenn du das machst, zurück zu mir. Mal gucken. Ah, wir müssen da hinten langlaufen. Ja, Jesus. Den finden wir auch noch irgendwie. So. Das nehmen wir natürlich schon mit. Ähm. Boah, sieht super aus. Hm. Da machen wir das erstmal wieder weg. Das ist ja nichts. So, was haben wir denn jetzt eigentlich? Okay, wir haben das jetzt geregelt. Wir müssen dem das Paket zurückbringen, ne? Müssen wir mal. Dann bringen wir ihm das Paket jetzt noch und dann... Was haben wir denn hier? Okay. Ja, um euch kümmere ich mich auch noch. So. Da haben wir einen. Dann müssen wir mal gucken, dass wir hier rüberkommen. Machen wir das so. Machen wir das. Timme! Dann laufen wir da schnell noch hin. Hallo! Ich mach's kaputt. Da müssen wir rein. Juhu, hier ist dein Paket. Jawohl, wir sind Level 3 endlich. So. Eine Auswertung. Äh, Aufwertung. So, die nehmen wir mit. Äh, bewirkt. Dann... Hm, 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 hm. Ah, super eigentlich. Ich würd sagen, komm, wir machen das jetzt auch hier einmal. Genau. So machen wir das. Ähm... Ansonsten... Ich brauch neue Gegenstände. Joa. Ja, Freunde. Ähm, dann werd ich jetzt hier mal ne Aufnahmepause machen. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Tschüss!